US-Rapper Kanye West macht wirklich aus den verrücktesten Sachen Geld. Und das ist der Beweis. Er gehört nicht einfach so zu den Erfolgreichsten, weil er Glück hatte, sondern weil er sein Talent ganz schlau einsetzt. Alles, was der Rapper macht, wird zu Gold. Seine Firmen werfen Millionen von Dollar ab und mit seiner Musik könnte er mehrere Jahre auf ganz entspannt leben. Doch mit dem Spruch holt er jetzt alles raus. Denn ich vermisse dich, wenn ich vor dir aufwache, soll scheinbar die neue Idee von ihm sein. Dieser Spruch wurde gleich neunmal patentiert. Was genau er damit vorhat, ist nicht bekannt. Aber scheinbar hat er schon einen ganz fetten Plan. Will er nun Sprüche verticken oder entwickelt er eine neue Marke? Die Fans sind ziemlich überfragt. Aber bis jetzt hat alles geklappt, was sich Kanye West vorgenommen hat. Auch diese Geschäftsidee wird sicherlich ganz gut ankommen. Ich bleib für euch an der Sache dran und berichte, sobald es losgeht. An die Rap-Check-Community. Jetzt seid ihr wieder up-to-date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, hat er mit diesem Spruch vor? Und seid ihr schon gespannt, was uns von dem Rapper erwartet? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.